Willkommen in Sindelfing. Wir begleiten heute Julia Armbruster. Sie ist Meisteranwärterin im Presswerk. Und was das so spannend macht, das schauen wir uns jetzt an. Wir sind hier im Kundencenter. Hier steht eine aktuelle fertige E-Klasse. Und nun zeige ich euch, was wir an diesem Fahrzeug im Presswerk Kindelfingel fertigen. Wir machen von Strukturteile, sprich Innenteile, die zur Sicherheit dienen, machen wir Außenhautteile, sprich wir machen Beplankungsteile wie Kotflügel, Motorhauben, Dächer, Seitenwände. Und letzten Endes hat es mich interessiert, die Interesse zu den Maschinen, zu den großen Anlagen, zu den großen Pressern. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, jeden Tag was dazu zu lernen, sei es anlagenseitig, sei es materialseitig, sei es aber auch einfach die Fähigkeiten auszubauen. Also wir tun hier im Presswerk externe aber auch interne Rüstprozesse machen, sprich die Werkzeuge aufrüsten, aber vorbereiten für den automatischen Werkzeugwechsel. Dann natürlich produzieren wir die Teile, wir beheben kleinere Störungen. Aber wir haben auch natürlich die Qualität im Blick, sodass wir eine einwandfreie Qualität abliefern können. Das Team ist für mich sehr wichtig. Letzten Endes baut das Team sich auch verschiedene Kenntnisstände auf. Jeder einzelne bringt was dazu mit. Und nur gemeinsam mit dem Team können wir dann auch das Wissen und das gemeinsame Wissen dann einfach nochmal weiterbringen und auch weiter voranschreiten lassen. Und das macht das Team auch aus, miteinander weiterzukommen. Ja, mit Giganten in Form von Pressen, mit Werkzeugen von, wenn wir teilweise reden, von 50 bis 60 Tonnen Werkzeugen, wo dann einfach auch nochmal Eindruck schinden. Und natürlich die Bewegung und die Lautstärke, was alles so an Einflussgröße hier passiert um mich herum. Das ist schon gigantisch. Musik 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 Bedingt durch das, dass ich in Schicht arbeite, in Früh- und in Spätschicht. Man muss auch einfach mal sagen, hey, wir gehen jetzt irgendwo hin und wir gehen jetzt einfach mal wandern, was einfach auch total wichtig ist. Einfach mal rauskommen und nicht nur immer die Gedanken um die Arbeit kreisen zu lassen. Einfach mal Abschalten. Das ist sehr wichtig. Musik Musik Daimler ist Familie für mich. Familie, Freunde und Stolz. Musik Das war mein Tag mit Julia Armbruster im Presswerk bei Mercedes-Benz in Sindelfing. Was ich an ihr wirklich mag, neben ihrem wundervollen Lächeln, ist ihre Professionalität. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie die Ziele, die sie sich selbst steckt, auch erreicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020